In Book of Boba Fett Folge 3 sehen wir diesen komisch aussehenden Droiden und die haben eine dunkle, sehr dunkle Hintergrundgeschichte. Denn diese Droiden haben wir auch schon in Episode 6 in Javas Palast gesehen. Das sind Läufer der Bomarmönche, Mönche die versuchten sich von allem körperlichen zu lösen, um auf eine höhere Seinsebene zu gelangen. Weshalb sie auch einfach ihre Hirne aus ihren Körpern nahmen und mit Nervflüssigkeit in ein Glasgefäß gaben. Jetzt könnt ihr euch sicher vorstellen, dass so körperlose Gehirne sich irgendwann nach Stunden, Tagen oder Jahrzehnten doch nochmal bewegen wollten. Das konnten sie auch mit eben genau diesen Droiden, ganz recht. Das Goldfischglas, das ihr da seht, da ist ein lebendes Gehirn drin. Das Ganze geht aber auch noch düsterer und ekliger. Die Bomarmönche haben ursprünglich auch das Gebäude als Tempel gebaut, was dann später als Palast für Jabba, dann Bib, dann Boba diente. Als Jabba den Palast übernahm, ließ er die Bomarmönche an ihrem heiligen Ort bleiben, da sie scheinbar nicht gefährlich waren und er ihren Anblick schön gruselig in seinem Palast fand. Was dem Ganzen aber nochmal eine Schippe draufsetzt, ist was in Legends passierte. Da wurde nämlich auch Bib Fortunas Gehirn gegen dessen Willen in so einen Droiden gesetzt. Und einige Monate später schaffte Fortuna es sogar, dass sein Gehirn dann noch in den Körper eines anderen Twi'lek gegen dessen Willen versetzt wurde. Für mehr Ekelerregendes schaut mal in dieses Video über den Salak seine Fortpflanzung und wie dieser sich in der Galaxis verbreitet hat rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.